Guten Morgen, ich bin Koch Kamal und heute gibt es eine vegetarische Alternative zum türkischen Karneerik. Pasta in Auberginenschälchen aus dem Ofen. Dafür Auberginen längst halbieren, mit Salz sowie Olivenöl einmassieren und im Ofen bei 240 Grad 30 Minuten backen. In der Zwischenzeit fein gehackte Zwiebeln in Olivenöl anbraten, Tomatenmark reingeben, anbraten und mit 200 Milliliter Sahne ablöschen. Die Hitze runterdrehen und mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzen. Mini Pasta, zum Beispiel Hörnchenmakaroni, kochen und mit etwas Nudelwasser in die Pfanne geben. Mit Basilikumblättern und Parmesan abschmecken, bei Bedarf etwas Milch ergänzen und Cherrytomaten reingeben. Die Auberginen aus dem Ofen rausholen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Etwas Olivenöl und Pfeffer draufgeben und mit den Nudeln befüllen. Käse darüber und ab in den Ofen für 25 Minuten bei 240 Grad, bis der Käse schön goldgelb ist. Die Auberginenpasta mit etwas Basilikum servieren, Video liken, Kochkammer abonnieren und guten Appetit!